ich finde es halt auch gerade da super schön wenn wir zusammen alte glaubensmuster und sätze auflösen können wenn wir also wir reden halt auch über alles also es ist oft so wir sehen uns drei tage dann drei tage nicht einfach weil jeder noch seine wohnung hat und sobald wir uns dann wieder sehen nach so drei getrennten tagen quasi wir reden gefühlt den ganzen tag einfach nur über die dinge die uns passiert sind und halt auch über eigene erkenntnisse so über das mindset und versuchen dann halt auch zusammen alte glaubensmuster zu transformieren und gemeinsam an uns als menschen auch zu arbeiten und das finde ich es auch das erfüllt mich unglaublich ich glaube auch dass das was ja ganz besonderes halt ist und das würde ich auch wirklich jedem wünschen in seiner partnerschaft ja super schön auf jeden fall ja denke ich auch ist das genauso wie du ja richtig toll habt ihr denn ein oder vielleicht sogar mehrere tipps an die zuhörerinnen die endlich ihren seelen partner finden möchten und denkt ihr denn dass es vielleicht sogar möglich ist sich diesen auch zu manifestieren bist du ja ja ich kann da mal anfangen also du sagst es ja sehen partner das heißt im besten fall hält das dann also ist das dann für immer das heißt es wäre vielleicht auch gut dann schon so ein feuer so ein bisschen an sich zu arbeiten was halt geht denn denn es wird dich keiner glücklich machen auf der erde du kannst dich nur selber glücklich machen und die ausgangsposition sollte schon so sein dass du mit dir im frieden bist und dich dich liebst dich bedingungslos annimmst und liebst dann kannst du auch erst an andere lieben und geliebt werden oder das halt wahrnehmen das vor vorweg und ja ich würde ich würde sagen in dem moment wo du versuchst an dir zu arbeiten und dich zu lieben rückt das bedürfnis danach jemanden zu finden etwas in den hintergrund und irgendwas auf zwang auf krampf zu suchen ist immer nicht ganz so von erfolg gekrönt da würde ich einfach sagen ja versuch versuch mal einfach dich darauf vorzubereiten für deinen deinen gott also wir sprechen jetzt von frauen versuch dich doch mal vorzubereiten dass du dann bereit bist für deinen für deinen gott dass du ihn auch lieben kannst und er dich lieben kann und du das auch wahrnimmst also dich zu transform zu transformieren bis dahin aber klar kann man sicherlich dann auch wenn es so weit ist dahin gehen und sagen ja ich mache mal platz in meinem kleiderschrank weil ich weiß da kommt jemand der dann zu mir passt oder ich mache vielleicht ein vision board oder ich fange an mein leben so zu gestalten dass ich die energie der liebe wie ich sie gerne betitle wohlfühlt in meinem in meinem leben habe ich ein leben das ich liebe wo ich mich liebe und wo ich aspekte meines lebens auch auch liebe mit der natur zusammen bin und so weiter den planeten auch liebevoll behandle denn das sind alles einflüsse wo sich die energie der liebe dann auch wohl fühlt und dann ja sich noch noch ein lieber bei denen niederlassen wird genau und dann einfach noch was noch was viel größeres dann entstehen kann ja voll schön ich finde auch es ist wichtig offen zu sein also ich finde es auch wichtig weil du gefragt hast wegen manifestieren klar kann man das machen aber ich glaube die meisten haben dann auch gerade was das optische anbelangt vielleicht den ich jetzt mal von mir als frau aus den mann xy im kopf der blonde haare haben muss also sitzt bei mir nicht so ich meine nur das ist jetzt nur als als beispiel der blonde haare haben muss blaue augen ist in six pack und keine ahnung was als charaktereigenschaften vielleicht vielleicht dass man sich davon einfach mal ein bisschen loslöst und sich einfach sicher ist und vertraut dass der richtige mensch in dein leben kommt und dabei eben diese seelenverbindung noch mehr in den vordergrund rückt also das gar nicht das optische jeder ist an einem anderen körper hinein geboren aber die seele ist ja das tiefgründige was euch miteinander verbindet und dass man darauf vielleicht mehr wert legt und offen ist und vielleicht auch mal in seinem umfeld schaut vielleicht ist ja der richtige mensch schon da vielleicht ist es ja wie bei uns ein freund oder vielleicht ist es dein bester freund ne also vielleicht sagt jetzt dein verstand du kannst doch nie mit deinem besten freund zusammen sein aber vielleicht ist es genau der seelenpartner ja ja da hast du recht ja und ich finde auch also wenn man mit manifestation arbeitet aber da werde ich bestimmt sicher sowieso noch mal eine extra separate podcast folge zu aufnehmen also wenn man das macht wirklich mit gefühlen arbeiten wie fühle ich mich dann bei der person zum beispiel so ne die bedingungslose liebe geborgenheit vertrauen genau wie soll sich das dann anfühlen mit dem partner ist vielleicht auch noch mal ja ein hilfrecher tipp darf ich schon einmal sagen ja ich finde kommunikation und man hört es auch überall aber ich finde kommunikation ist wirklich das a und o und ich finde auch die tipps die wir jetzt vielleicht nennen die gehen auch alle ineinander über weil kommunikation bedeutet auch für mich offen und ehrlich ganz klar zu kommunizieren was sind die eigenen wünsche und bedürfnisse weil so kann erst dein partner dich überhaupt erst richtig verstehen und erst dann könnt ihr aufeinander eingehen erst dann könnt ihr vielleicht gemeinsam an euren glauben setzen was auch immer arbeiten an eurer beziehung und etwas verändern auch aber wenn man sich den ganzen tag anschweigt und nichts mehr zu erzählen hat dann also für mich ist kommunikation ist das sinnbild auch von einer erfüllten beziehung irgendwo auch ich würde nur eine sache noch ergänzen das ist im fülle bewusstsein sein generell denn eine erfüllte ein erfülltes irgendwas ist ohne fülle bewusstsein auch nicht möglich viele leute draußen sind mangelbewusstsein das heißt da entsteht dann eifersucht und so sachen nicht vertrauen man will nur so viel liebe geben wie man denkt man die man auch zurückbekommt und nichts zu riskieren das ist alles aus dem mangel heraus also halt auch keine erwartungen zu haben finde ich an an den partner ich finde das kann man auch auf jede beziehung übertragen also auch auf freundschaftliche beziehungen dass man und das finde ich ist halt auch noch mal so ein tipp habe immer verständnis für deinen gegenüber für deinen partner also ich würde die drei vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen geordnet für die zu hören zusammen fassen so also quasi bei sich sein in der selbstliebe sein hat der hendrik gesagt ne also erstmal an sich arbeiten bevor man quasi direkt in eine beziehung geht also quasi erstmal selbstliebe finden selbst zur selbsterkenntnis kommen dazu auch einen sehr schönen podcast übrigens genau dann hattest du ja zuerst gesagt kommunikation kommunikation finde ich unverständnis auch dem anderen gegenüber es gehört ja irgendwo auch immer so ein bisschen zusammen ne auch ein ganz wichtiges sehr schönes thema in jeglicher beziehung egal ob das jetzt partnerschaft ist freundschaft familie kommunikation ist so so wichtig und dann hattet ihr noch vertrauen intuition ne wirklich immer auch mutig irgendwo zu sein ne und ja auch los zu gehen ne also meiner meinung nach den mutigen gehört die welt also traut euch auch wirklich wenn ihr für jemanden was empfindet der ist das der person auch zu sagen ne weil ansonsten bereut ihr das vielleicht für euer leben lang ne also go for it ich glaube das war auf jeden fall ja vielen dank auf jeden fall für die tipps ich glaube das war ganz schön jetzt abschließend und hat irgendwie auch an der stelle besser gepasst ja also ich hatte auch so das gefühl es hat irgendwie noch was gefehlt so und ja schön ja vielen dank ja und viele schöne weitere gemeinsame jahre noch in eurer seelenpartnerschaft also wow ihr seid auf jeden fall eine krass inspiration auch für mich was das thema partnerschaft beziehung angeht und ich glaube da können die leute auf jeden fall noch einiges auch von euch lernen ich verlinke auch alle accounts von euch mal damit ja die zuhörer da gerne mal vorbeischauen dürfen ja vielen lieben dank es hat echt viel spaß mir auch ja bis zum nächsten mal